Hallo, für unseren ganz eigenen Beketal Weihnachtsmarkt wollen wir eine Reihe typischer Weihnachtsmarktspezialitäten herstellen. In diesem Video möchten wir auf einer Grillplatte von Beketal Lebensmitteltechnik Reibekuchen zubereiten. Wir haben hierfür einen Reibekuchenteig hergestellt, bei dem wir auf 1 Kilo geriebene Kartoffeln, die wir etwas ziehen lassen, und wo wir die Flüssigkeit abgegossen haben, eine kleingestündene Zwiebel dazugegeben, sowie 2 Eier, 2 Prisensalz und 3 Esslöffel Mehl und mengen das Ganze noch einmal durch. Wir nehmen die Grillplatte BGP3 mit glatter Grillfläche und heizen diese vor. Zum Braten der Reibekuchen muss die Grillfläche gut mit Speiseöl bedeckt sein. Je nach Größe und Stärke der Reibekuchen oder auch Kartoffelpuffer sind diese schon nach wenigen Minuten fertig gebraten, werden ganz klassisch mit Apfelmus serviert und direkt frisch verzehrt. Eine leckere, herzhafte Mahlzeit für kalte Tage. Kartoffelpuffer sind nicht so euer Ding? Auf der Beketal Grillplatte lassen sich natürlich auch andere Sachen ruck-tuck zubereiten. Also gibt es auch noch Bratwürstchen im Brötchen dazu. Wir wünschen euch eine köstliche Adventszeit.